Ja, Mama Daniela, ich habe vor, den ersten offiziellen Neon-Shop in Adopt-me-City zu haben. Nein, definitiv nicht. Und Claudio, mir kommt das gerade alles eher ein bisschen so vor, als ob du nur angeben willst, dass du so viele Neon-Pits hast. Hey Leute, was geht? Baby Claudio hier in Adopt-me-City. Und Leute, heute habe ich was ganz Cooles vor. Und zwar werde ich der erste, der erste Typchen in Adopt-me-City, der ein cooles Neon-Shop hat. Denn ich werde hier, ihr seht es ja schon, ich habe ja so viele Neon-Pits. Ich habe hier Drago-Ran in Neon, dann habe ich ja noch den Peats, den Peacock, den ich mit Mama Daniela gemacht habe. Den habe ich noch in Neon. Dann habe ich ja sogar noch das Einhorn in Neon. Ich werde gleich, ich glaube, ich gehe erstmal gleich auch zu Mama Daniela. Ich werde Mama Daniela von der Idee erzählen. Ich werde gleich zu Mama Daniela gehen und dir von meiner coolen neuen Idee erzählen. Dann werde ich ein bisschen vielleicht durch die Straßen von Adopt-me-City ziehen und einfach mal bei den Leuten, ja, angeben oder beziehungsweise Werbung schon machen. Ich werde schon mal zeigen, dass ich ein oder den anderen Neon-Pad habe. Und dann bin ich gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden. Aber ich glaube, das könnte doch ganz cool werden. Ich meine, wenn jemand einen Neon-Shop eröffnet kann, dann nur Baby Claudi. Denn ich habe die meisten Neon-Pits, ein ganz Adopt-me-City. Ich meine, okay, es ist jetzt zwar schon ein bisschen angegeben, aber du. Wer hat der hat? So, jetzt muss ich gucken, Mama Daniela wohnt. Okay, nee, das ist nicht Mama Daniela. Aber Daniela hat immer dieses Haus. Ich steig mal in das Wasser, das ist ziemlich schneller. So ist es das dort drüben. Oh, ich muss sagen, ich muss sagen, der Container in der dunklen Farbe gefällt mir aber besonders gut. Okay, in Weiß sieht er eigentlich auch ganz cool aus. Ah, hier, da Daniela. Eine Daystreet von zwei. Also Mama Daniela, das geht besser, glaube ich. Aber gut, wollen wir erstmal nicht O-Zahlen. Okay, oh, ich sehe schon, Mama Daniela ist da drüben. Klopf, klopf! Ja, hallo. Oh, hi Baby Claudio. Na, alles klar bei dir? Ja, hallo Mama Daniela. Oh, ich sehe gerade, du bist mit Fluffy hier. Natürlich, ich bin fast immer mit Fluffy unterwegs. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super, Mama Daniela, danke. Ja, komm, Fluffy muss in die Schule. Wir müssen jetzt mal eben in die Stadt gehen. Ja, Mama Daniela, das trifft sich gut. Wenn du was hast, dann musst du mitkommen. Ja, das trifft sich gut. Schauen wir mal, Mama Daniela, wann machst du eigentlich Fluffy zu einem Neon-Pad? Ja, das dauert noch ein ganzes bisschen, weil, also du weißt ja, ich bin relativ beschäftigt, auch weil ich hier Bürgermeisterin bin und so. Und ja, da dauert das halt einfach alles. Ja, gut, da hast du recht. Aber Mama Daniela, weißt du denn, wer ein Neon-Einhorn hat? Ja, ich weiß, dass du ein Neon-Einhorn hast. Das ist auch ziemlich süß, die kleine Evi. Ja, oder? Evi, cool. Ja. Weißt du, wonach Evi benannt worden ist? Wonach? Nach Tante Eva? Ja, Tante Eva, weil, Tante Eva mag Einhörner und da dachte ich mir so, komm, Evi ist doch ein cooler Name, oder? Ja, Evi ist doch wirklich ein cooler Name. Gebe ich dir total recht. Und Mama Daniela, übrigens, Neon-Pets ist das richtige, ist das richtige, ist der richtige Begriff. Weißt du, warum? Warum? Ja, Mama Daniela, ich habe vor, den ersten offiziellen Neon-Shop in Adopt-Me-City zu haben. Neon-Shop? Und was soll dann da drin passieren? Ja, schauen wir mal, Mama Daniela, du musst ja die Bürgermeisterin sagen, das heißt, ich muss das auch mit dir abklären, weil du musst es ja genehmigen. Das stimmt. Schauen wir mal, Mama Daniela, ich habe ja so viele Neon-Pets. Ich werde meine Neon-Pets so für wochenweise an die Leute verleihen. Du willst deine Pets verleihen? Ja, und die Leute geben mir dafür Robux. Was? Ja. Also, das finde ich ist eine ganz schön blöde Idee, ehrlich gesagt. Aber Mama Daniela, das ist doch fair, weil ich leite dir meine Pets aus und ich verdiene dadurch ein bisschen Geld. Ich finde das, ehrlich gesagt, gar nicht fair. Ich finde das ziemlich mies. Mama Daniela. Das auszutzen, dass einige halt einfach noch keine Neon-Pets haben. Ja, dann haben die doch Neon-Pets, weil dann geben die mir halt zum Beispiel 10.000 Bucks und dann können die... 10.000 Bucks? Äh, ja, das ist doch fair. Das ist nicht fair, Baby Claudio, das ist ziemliche Abzocke. Nein. Doch. Mama Daniela, das ist, okay, dann 15.000. Was? Das ist doch noch mehr. Ja, eben, weil du hast gesagt, das ist Abzocke. Mama Daniela, weißt du was, können wir gleich zu dir nach Hause in deinem Büro gehen, da können wir darüber quatschen, dann zeige ich dir auch meine ganzen Neon-Pets, weil dann bist du vielleicht anders gestimmt. Baby Claudio, das geht so nicht. Das geht wirklich nicht. Nein. Mama Daniela, wir können doch darüber reden, du bist die Wilgermeisterin. Ich komme ja schon auf dich zu und rede mit dir. Also, ich halte das eigentlich nicht für eine gute Idee, ehrlich gesagt. Mama Daniela, hast du denn ein Büro? Nein, ich habe kein Büro, ich arbeite einfach von zu Hause aus. Hast du denn, können wir irgendwo in Ruhe reden, weil da kann ich dir meine Idee wirklich auch... Ja, wir können uns bei mir in diese Ecke da setzen. Ja, komm, Mama Daniela, dann setzen wir uns in die Ecke, dann erkläre ich dir meine Idee, weil eigentlich ist die Idee echt cool. Diese Kids mit diesen verrückten Geschäftsideen, ey. Mama Daniela, hat denn Baby Kahn nicht mal irgendwann ein Geschäft eröffnen wollen? Wir wollten alle schon so viele Geschäfte eröffnen, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ja, du bist die Bürgermeisterin, du hast es halt zu entscheiden. Ich weiß. Ich meine, Justin, hast du ja auch einen Laden gegeben oder einen Job. Ja, das ist aber auch nur Freundlichkeit von mir gewesen. So. Ja, und Mr. Fizzy und... Jetzt hör mal auf zu jammern und erzähl mir, was dein Plan ist. So, Mama Daniela, setz dich hin. Ich zeig dir erst meine ganzen coolen Pads. So, wir beginnen von unten, okay? Du musst nicht... Okay. Doch, Mama Daniela, schau mal. Wer ist das? Ein Neonotter. Und wie heißt der Neonotter? Tobi. Ja, Tobi, schau mal. Dann habe ich hier noch Daniel. Daniel. Mein kleinen süßen Hund, ja. Ja? Das sind schon zwei Neonpads. Dann hier, guck mal, die süße Evelyn, das ist sogar ein Mega-Neonpad. Das ist ein Mega-Neonpad. Ja, stimmt, da verändert sich die Farbe. Die sind doch alle super süß. Ja, guck mal, Daniela. Dann hier die Vanessa, auch Neon. Ja, es ist wirklich süß. Ja, Alina, siehst du, du sagst es ja selber, die Neonpads sind süß. Also, das heißt... Ja, aber du kannst doch nicht Leuten dafür das Geld aus der Tasche ziehen, dass du denen die Neonpads ausleihst. Ja, ich ziehe das Geld ja nicht aus der Tasche. Okay, über den Preis können wir ja noch verhandeln. Also, da kannst du mir ja Freiraum geben, dass ich ja quasi den Preis selber bestimmen darf, oder nicht? Nein. Ich meine, es ist ja mein Geschäft. Ich darf doch bestimmt über den Preis verhandeln. Nein, definitiv nicht. Und, Claudio, mir kommt das gerade alles eher ein bisschen so vor, als ob du nur angeben willst, dass du so viele Neonpads hast. Kann das vielleicht sein? Dann habe ich auch noch Adem. Schau mal, Adem ist auch gut, oder? Adem kenne ich. Ja, Adem kenne ich. Aber, weißt du, mir kommt es wirklich so vor, als würdest du einfach nur damit angeben wollen. Und ich freue mich total für dich, dass du so viele Pads hast. Aber, ehrlich gesagt, finde ich das ganz schön frech, was du kannst. Ja, schau mal. Okay, schau mal, der Rabbit, der ist auch gut. Schau mal, und der ist Matti. Das ist Matthias, mein cooler Ochse. Ja, cool. Und da, guck mal, Armin, Armin, der ist mein cool Affen, der ist auch süß, oder? Ja. Elena, noch ein mega Neonpads. Guck mal, wie viele ich habe, Mama Dania. Ich bin echt cool, oder? Ja, aber, also, man ist nicht cool, nur weil man viele Neonpads hat. Doch, schau mal, und dann habe ich noch Gashi, mein cooler Biba, der ist auch cool. Okay. Ja, siehst du, Mama Dania, Epi kennst du ja, da kennst du noch Pete, kennst du, und Dragoran. Ja, du hast ganz schön viele Neonpads. Ja, guck, siehst du, Mama Dania, das ist doch eine echt gute Idee, da kann ich ja einen Laden öffnen, da können die Leute auch meine ganzen Neonpads bestaunen und sagen, boah, Bibi Claudius ist aber cool, der hat ganz viele Neonpads. Ja, aber, also, ich finde das ehrlich gesagt nicht ganz so cool. Äh, aber Mama Dania, zeig mal, du hast doch auch einen Neonpad. Ja, also, ich habe auch einen Neonpad. Du hast so einen Neonpad? Ja, das reicht ja auch. Jetzt, jetzt, zeig mal. Und zwar habe ich hier Manni. Okay, Manni ist wirklich süß, Mama Dania. Manni ist schon ziemlich süß. Hey, der sieht echt gut aus, Mama Dania, wie wär's? Ähm, ich gebe dir 10.000 Bucks und du gibst mir Manni. Ich gebe dir Manni nicht, ich verleihe meine Pads nicht. Okay, 20.000, Mama Dania, du hast es geschafft, 20.000 ist mein letztes Angebot. Nein, vergiss es. Mama Dania, aber, Mama Dania, wir müssen doch Geschäftspartner werden. Wir müssen nicht Geschäftspartner werden. Ich verstehe schon, dass du Geld verdienen willst und so, aber so sicherlich nicht. Okay, aber wie kann ich denn sonst Geld verdienen? Ich meine, ich habe doch nur Neonpads und ich bin halt der beste Neonpadbesitzer. Kümmer dich einfach um deine Pads und dann wirst du schon mitkriegen, dass du Geld verdienst dadurch. Einfach drum kümmern. Mama Dania, aber das war doch eine super Idee. Nee, ich weiß nicht, warum du jetzt nicht mir mit der Idee helfen willst. Ach, Baby Claudio, das weißt du, glaube ich, schon ganz genau, warum ich das nicht will. Ach, Mann, Mama Dania, ich dachte eigentlich, du würdest mich verstehen. Ich glaube, Baby Khan würde mich verstehen. Wenn er hier wäre, dann würde er mir helfen mit der Idee. Ja, vielleicht würde Baby Khan dich auch verstehen. Aber sind dir denn deine Neonpads vollkommen egal? Nein, aber hä, wieso? Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Naja, weil du die einfach verteilen willst. Ja, ich kriege sie ja wieder nach einer Woche und dann habe ich auch noch ganz viel Geld dazu bekommen. Du kriegst sie nicht einfach so wieder. Du glaubst doch nicht, dass die Leute dir alle dann die Pads wiedergeben. Vielleicht haben die Leute die Pads dann lieb. Ja, da hast du recht. Und ach, ach so, meinst du vielleicht, dass ich dann, ach, du meinst vielleicht, dass meine Neonpads dann auch sich mit den anderen befreunden werden? Ja. Oh, das heißt dann, verliere ich ja meine Neonpads alle. Ja. Aber weißt du was? Ich hätte eigentlich eine Idee. Welche? Wie du vielleicht, wie wir das mal austesten könnten, ob du das machen kannst. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt was. Das wird jetzt gleich Erziehung. Erziehung, sage ich euch. Aber Daniel, wo bist du? Also, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Du hast doch mit Baby René schon mal Rage Runner um eure Pads gespielt. Ja. Und das machen wir auch. Mama Dania, ich will dir nicht Money abnehmen. Mama Dania, ich bin so gemein, kann ich nicht sein. Du hast doch einen Neonpads. Ja, aber dann kannst du doch ziemlich sicher sein, dass dir nichts, also du scheinst ja sehr sicher zu sein, dass du gewinnst. Mama Dania, ich kann, schau mal, das Tradingfenster, man kann ja nur neun, man kann ja nur neun Pads traden, oder? Ja. Weißt du was, von mir aus können wir gerne um neun Pads spielen, also ich kann hier gerne neun Neonpads, oder alle Neonpads, wenn du willst, aber ich werde dich nicht verlieren, Mama Dania, das ist ein Spiel, da bin ich einfach zu gut. Okay, wir spielen, wir spielen da drum, wir machen das. Mama Dania, ich will dir nicht Money abnehmen, das ist gemein. Wir machen das, wir machen das, Baby Claudio. Wir machen das. Kriegen wir schon hin. Aber, okay Mama Dania, aber weißt du was, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, du kannst auch ein bisschen üben. Ich würde sagen, wir treffen uns morgen, oder später nochmal, oder? Wir treffen uns morgen um zwölf? Okay, perfekt, Mama Dania. Okay, dann bis dahin. Leute, ihr habt's gehört, ihr habt es gehört. Baby Claudio und ich spielen um die Pads. Natürlich nehmen sie ihm seine Pads nicht ab, aber ich will ihm einfach nur mal zeigen, wie sehr das wehtun kann, wenn man seine Pads verliert. Deshalb, das ist Erziehung, was da morgen passiert. Mal schauen, wie viele Pads er abgeben muss. Und, naja, wir sehen uns morgen um zwölf. Ciao!